Hallo und herzlich willkommen. So, was brauchen wir? Was haben wir? Wir brauchen in erster Linie ein bisschen Werkzeug. Die Erde brauchen wir nicht mal. Äh, das... ne, hier war Erde. Wozu hängt erst die Erde hin? Da ist ja nichts mehr drin. Krass. Okay. Das ist Käse. Das sieht aus wie Erde. Ich bin ja auch super, ne? Ich habe es tatsächlich geschafft, bei meinen Minecraft-Videos aufgehört zu haben, zu zählen. Ich habe die Videos hochgeladen, aber ich habe sie nicht nummeriert in meinen Ordner. Das finde ich super. Da bleibt mir wieder viel Arbeit stecken. Ich beschleunige uns die Arbeit, indem ich die mache. Da habe ich auch noch einen. Zwei, drei, vier. Sollte erst mal reichen. Äh, Schaufel reicht auch noch. Jo. So, und was brauche ich? Wassereimer wollte ich holen. Zack, zack. So. Dann gehen wir wieder zurück. Die Anbindung übrigens an der Mine unten, die mache ich später. Ich finde es immer wieder herrlich, diese Bilder. Für die Anbindung müssen wir nämlich nach Norden gehen. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie... Wie ich das machen müsste. Ich müsste da so einen Zwischenbahnhof bauen. Oder... Ja, das würde sich eher anbieten, wenn ich das so mache, aber... Ich glaube, ich könnte noch eine andere machen. Eine andere Lösung. Dass wir noch einen separaten Tunnel bauen. Also nach und nach hüllen wir uns den Untergrund aus. Ich vermisse die Karte oben rechts. Naja. Solange ich weiß, wo es hingeht, ist alles gut. So, unser Wartungssteg führt uns sicher nach unten. Keine Ahnung, warum ich das Bett mit habe, aber es bringt mir relativ wenig. So, zuerst... Standard. Ja... War sehr sinnfrei. Gleich direkt... Kohle verbraten. So, ich brauche Licht, damit ich was sehen kann. So, ich brauche Licht, damit ich was sehen kann. Stilles Wasser, ne? Durch. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das funktioniert. Ich hab heute eigentlich mehr. Zack. So, das geht dahin. Müssen wir hier die Schäder ausmachen. Ich seh nichts. Das sieht aber total anders aus jetzt. Ohne Schäder. Gut, das fließt hier runter. Fast vergessen, den wieder aufzuladen. Zack. Zack und zack. Dann fließt das auch hier runter. Wenn das auch in die Leiter blockiert ist, das würde normalerweise auch an der Seite runterfließen. Boah, die Strömung ist so stark. Ich komm noch nicht mal mehr hier hoch. Gut, also das funktioniert auf jeden Fall dieser Plan. Ein achter Schritt nach hinten. Da die alle gleich aufgebaut sind, wird es so auch funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, dann sind wir hier fertig. Wenn hier so ein Problem ist, komm ich ja nicht mehr hoch. Ich will mal eben hier dicht machen. Wobei, eigentlich ist das vollkommen egal. So. Äh. Ja. Da ist jetzt die nächste Ebene dran. Oh Gott. Was hab ich denn dann... Ich weiß noch nicht mal mehr den... Ich glaub fünf waren das, ne? Eins, zwei, zwei und dann fünf nach unten. Und dann ist Ende. Bevor ich das mach, sollte ich auf jeden Fall nach oben und Leitern holen. Oder machen. Sonst komm ich hier nicht mehr raus. Bäh. Also nochmal zurück. Warte mal, geht das nicht? Scheiße. Äh. Ne, ich hab keine... Och, ich hab ja Leitern. Dann mach ich folgendes. Ich geh nochmal hierher. Gut, hier kann alles Müll rein. Weiße Wollhunde und Ei. Toll. Schön, dass ich sowas hab. Äh. Das müsste so gehen. Das Huhn guckt mich an. Glas, Glas brauch ich. Für Glas brauch man Sand. Dann brauch ich auch ein gutes Stück eigentlich. Deswegen mach ich das jetzt. So. Damit das schon mal gar fertig ist. Och Manno, das hat so gut funktioniert hier. Mit unserer Mine. Naja, gut. Ist ja nichts verloren. Wir können's ja nochmal machen. Ich würd sagen... Zwei oder eine Grenze. Zwei Grenzen, ne? Dann machen wir mal ein Dreie... Also ein Dreie Abstand nach unten. Bevor wir dann die nächste... Aushöhlung machen. Dann sollte das auch passen. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht hatten damals. Äh. Mit zwei. Oder das können die auch schon locker. Die Folgen sind ja irgendwie... Die müssen im Archiv sein. Da müsste ich angefangen haben, die zu archivieren, glaub ich. Prinzipiell haben wir jetzt auch Zugang nach oben. So. Eins, zwei. Ich mach das mal hier einfach nur ein... Eine leere Hülle. Mit Licht, damit ich was sehen kann. Das ist immer so eine Sache. Das ist ganz ohne Sheets zu bauen. Boah. Also da werden wir lange brauchen für. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. So kommen wir auch schnell wieder nach oben. Zur Erinnerung, der Weg führt hoch ins Haus. So. Eins, zwei, drei. Reichen zwei? Da sollen tatsächlich drei Abschnitte sein. Ich glaub zwei würde schon fast vollkommen reichen. Lalalalalalala. Und in der nächsten Folge... Ja, wir machen... Ich mach jetzt nur noch 10 Minuten fangen. Aus Zeitgründen. Mal wieder. Aber in der nächsten Folge... Werden wir hier weiter basteln. Danke fürs Zusehen. Und mir tut es jetzt erstmal leid, dass es nur jede zweite... Jeden zweiten Tag Folgen gibt. Weil... Ich kann im Moment noch nie so viel produzieren. Vielleicht ändert sich das dann demnächst. Also... Bis dann! weglas... Das ist es nicht genau. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020